Peace Leute, hier bin ich wieder, euer YouTuber Dennis und noch ein Video und ja man sieht man mich nicht, aber leider tut mir leid, jetzt mache ich so immer rein, bisschen dunkler wie der andere Video, der vor 6 Tagen da war, weil ich das sehe und der andere ist so hell, also funktionieren das nicht, da sieht man mich auch, besser, aber ich bin verschwungen, also wie gesagt Leute, ich freue mich schon auf meine neue Sendung hier, es ist meine neue Sendung, neue, wie heißt das nochmal, neue, wie heißt das, neue Videos mit meinem Bruder, ihr könnt auch uns abonnieren, mich unter Dennis Nowak und Adrian unter Adrian Freundmann oder kam wieder heiß, oben oder unten ist die Glocke, ich muss aktivieren und Jo, endlich wieder YouTube, endlich wieder alles, wieder neu, lange Zingel, jetzt wird glaube ich 3 Jahre Zingel, wenn keiner mit mir zusammenkommt, ich habe gewünscht, dass ich heute ein, diesen Jahr eine Markkriege wieder, äh, wegen 2 Jahre, dass ich so zingel bin, naja, aber hat auch nicht geklappt, weil mein Wunsch ist auch immer auch schon gegangen, aber ja, wie gesagt, ähm, jo, genau, genieß eurer schönen Wochenstart, morgen, und, ja, Leute, dann sehen wir uns morgen, morgen, nee, morgen, nicht morgen, ähm, der Wünsch, äh, wünscht ich, dann sehen wir uns am, Mittwoch wieder, mit Adrian Fortmann und so, wer kann ja wieder heiß, also bis dahin bei Peace Leute, haut drehen und wiedersehen.